Hallo, hier ist Christoph von SmartphoneTech.de und das ist eine Videoaufnahme mit dem Samsung Galaxy S3 bei guten Lichtverhältnissen und hier am Display sieht alles schon sehr schön aus es gibt auch kein Ruckeln hier die Farben sehen auch ziemlich echt aus auf dem Super AMOLED Screen wir können hier auch während der Videoaufnahme Fotos schießen mehr vom Samsung Galaxy S3 findet ihr auf SmartphoneTech.de